Zeit, dich zu knacken! Äh, knacken. Wir haben Typhons noch gar nicht gefunden. Ja, irgendwo, glaube ich, am Anfang haben wir eins verpasst. Mhm. Naja. Na, der liegt immer noch da und brennt. Ava, ich will dich nur beschützen. Durch Stubenerrest auf dem Schiff? Ja. Du hast mir versprochen, ich könnte Kammerjäger sein, wie du es bist. Das wirst du, wenn du bereit bist. Was geht, Lucien? Oh, Troy, was haben sie dagelassen? Danke, dass ihr das erledigt habt. Mann, ihr Kammerdieben denkt nur mit dem Abzugsfinger, was? Weiter so und ich werd endlich ne Göttin. Äh, wir werden Götter. Hab ich doch gesagt. Also, jetzt zieh ich mein Ding durch. Also, ich hätte jetzt schon Headshot verpasst. Ja. Das gehört uns. Und die Monster schützen nicht die Macht der Kammern. Sie sind die Macht der Kammern. Jetzt gehört alles mir. Hey, kriegt der Parasit auch was ab? Nö, fick dich. Ha. Wir gehen jetzt. Ping, ping. Headshotet. Ihnen sollten wir's zeigen. Wer ist die Göre? Was hatten die für'n Problem? Sie hat keins. Aber du dafür. Ich werd ne Sirene sein. Und dann wisch ich den Boden mit Arschgeigen wie dir auf. Du wirst... Denkst du echt, dass das so läuft? Süße, du wirst diesen Ort nicht verlassen. Lass sie los! Ganz genau so. Dann wirst du uns nicht ranlassen, weißt du? Sie sind halt noch zu schwach für uns. Vollfaltig. Nicht meine Maja. Ach so. Das war's mit Maja. Nein! Ich dachte, das geht nur bei mir. Geht wohl mit jeder Sirene. Los. Wir haben, was wir wollten. Ja? Und noch viel mehr. Aber hey. Wenn die Sirene nochmal bei dir klappt. Voll der Pedo. Hm. Guck mal, jetzt kannst du ein Buch lesen. Maja ist jetzt nur noch Geschichte. Oh, wow. Genau. Der war sehr, sehr tiefgründig. Ja. Willkommen bei Letzt Tiefgrund. Maja! Sie ist fort. Schnapp dir die Kleine und dann zurück zum Schiff. Ich sag Lilith Bescheid. Du? Dumme... Dumme Göre. Dumme Göre. Kann man nur so doof sein. Sie ist tot. Maja ist tot. Besser nicht. Das Buch. Komm schon. Verschwinden wir von hier. Ich glaub, das war heute die in der Tasche. Maja war... Maja war schon immer für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Uff. Also heute hat er da mal drauf, ne? Jaja. Heute kommen die ganz trocken. Naja, ich muss ja mit meiner... ...Mach Papo. Oh, Backe ey. Wo ist denn meiner? Ja, wir könnten Fast Travel machen. Äh, machen wir auch bald. Geht nicht. Irgendeiner ist im Menü. Ja, ich... Ich musste gerade meine kacke Waffe wieder ausrechnen. Oh Gott. Aber die andere Waffe ist mir zu beschissen. Stimmt mit dem nicht. Ich habe dich vermisst, Junge. Ich bin Gamer, hallo. Was, gay? Du bist gay. Okay. Hallo gay. Ich muss erst mal verkaufen. Wobei, bevor ich verkaufe... Du bist für Spiel beigetreten. Das ist gut zu wissen. Mhm. Ist ja schön, dass du auch endlich anfängst mit uns zu spielen. Hahaha. So, jetzt müssen wir erst mal gucken. Die ganzen Schrott erst mal verkaufen. huhh.. Ich habe Kugeln mit deinem Namen drauf! Ähm... Können Margarene nicht gemeint? Hmmmh.. Haa! Ferrer handeln kannst du nicht! Mach uns stolz! ich freue mich schon wenn wir level 27 werden warum ich ja nicht mein artefakt anziehen was hier rumliegt ach so verkaufen wir mal ein bisschen was wir müssen dieses chaos irgendwie zu unseren gunsten nutzen ich weiß wie eine app wir müssen nur programmieren und herausfinden was sie tut so noch ein bisschen spannung bereit diese knifte kommt jetzt ein springbrunnen hör auf den automaten zu schlagen wie der kleine das ist team building ich vertraue niemandem der mich nicht töten kann ja ich habe gerade zum einen noch ein schlüssel abgeholt schlüssel schiff schlüssel den gab heute morgen warum sagt mir da keiner mehr bescheid früher gab es meine whatsapp heute nicht mehr weil die zeit hat der zeitpunkt wo du hättest an den rechner können also du warst zu hause das war wieder nur so ein kurzer code gewesen leider super du hast auch einen kurzen code guten tag hello ist der am kacken da hinten hast du jetzt den atlas helm auf passt eigentlich auch irgendwie bei dir lanzen helm oder so nennt er sich ja ich finde der hat allgemein recht angenehme kopf skins hier die schützen die hat nur schwach sein da habe ich noch keinen guten skin gesehen außer die augenklappe die katze verdammt noch mal tut mir leid kammerjäger du konntest nichts tun danke dass du wieder mitten drin stand nur dabei du musst etwas sagen na schön dann sag ich etwas ich kannte maja als sie noch gelebt hat da hat sie mir besser gefallen ach boah jetzt ist sie tot und so ist es nun mal wir können nur noch kämpfen um sie in ehren zu halten leute sterben in kriegen haufenweise im ernst macht die augen auf leute blendet richtig das rot keine scherze tennis die sollte generell keine reden halten ich weiß was ich bin eine brillante rücksichtslose wissenschaftlerin und ich weiß was du bist denn alle auf diesem schiff warten darauf dass du was sagst und sie können erst zu den wichtigen sachen zurückkehren um diesen haufen fliegenden weltraum schrott am laufen zu halten wenn du es tust mit wem mit mir maja war nicht nur ein crimson raider oder ein kammerjäger sie war familie aber wir dürfen unsere mission nicht aus den augen verlieren wir werden die kammern öffnen dann bedeutet ihr tod etwas boobies alle zurück auf ihre stationen die kammern öffnen ich dachte schon ich stehe wieder bei der moxie rum nein ich habe auf alle das boobies geguckt und dafür büßen lassen was sie getan haben so leicht ist das nicht naja hat immer gesagt ein kammerjäger läuft mitten hinein ins feuer all ihre geschichten drehten sich um dich du hast pandora gerettet du hast handsome jack getötet deiner rolle ist firehawk mhm ich kenne meine rolle nicht dann finde es heraus Lilith bevor noch jemand deine dinge stirbt boah jetzt wollte ich die kleine schlagen ich ich bereite alles für den sprung nach eben 6 vor ok Lilith ich hau da in die fresse meiiiin nicht das ist nur eine optionale sache man muss nicht mit hier machen wir aber sei nicht wieder der papa hier doch komm her hey kammerjäger es gibt nicht viel zu sagen das hier ist krieg menschen sterben im krieg party dankestellung brenn und der krieg ist noch nicht zu ende die brennt ja gar nicht du hättest nicht mit mir reden müssen aber ich bin froh dass du es getan hast das war eine zusatzquetsch und bringt EP wer ist EP sie würde wollen dass du es bekommst Elstronikpartner ich bin sicher sie machen sich bereit für den sprung nach Eden 6 du solltest da oben sein ich glaube ich muss eine weile allein sein ok hol leise das ist so schwer wir haben gut du bist hier wir müssen Kurs auf eben 6 nehmen wir haben keine Zeit zu verlieren Lilith wir erhalten eine Übertragung was jetzt das war ein Schlemmes he 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 anscheinend haben wir euren Heukreis gestört vielleicht halte euch das hier etwas auf voll die Sims Musik und Standardeffekte das hätte ich besser geschnitten Stimmt's ach was für Erinnerungen unsere Anhänger lieben es wir haben Rekordzugänge die Kräfte eurer Toten Sirene sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen wuuu ich wechslocke mir schon den ganzen Tag Weintrauben in den Mund und lecker eure Freundin ist zu immer einen Schritt hinterher was Le man sieht sich an der nächsten Kammer und das reibt sich überhaupt nicht auf Schmädenschmecks tschüssi äh ok ich weiß nicht ob diesen Monstern irgendwas oder jemand wichtig ist und das macht sie so gefährlich gleich wieder Tennis sagt die Kammer unten auf Kometier ist so wenn da irgendwie Schuss bekommen Buch des Sturms wenn die Kalypsus sich diese Kammer unter den Nagel reißen wollen müssen diese Monster erst an uns vorbei zum Glück haben wir einen Freund in ihr gebietet hab ich schon wenn ich für einen Dollar verkaufen gib mir Hammerlock auf den Bildschirm Ah Bonusbelohnung Gutes Bedingung äh aber gut wir haben die vierte Waffe freigeschaltet Baby ja nice sehen wir mal gleich mal als Anhänger Lilith ihren äh Lilith vor allem Maya ihren Anhänger hm ich werde dir mein Familienwappen in deinen feinen Rausch eingravieren Geil sieht so aus als wären die KDK schon auf eben 6 Kammerjäger triff dich mit Rainwright Jacobs und finde heraus was da unten vor sich geht einfach so mhm so das finde ich ja schön endlich vier Waffe Slots und wir fliegen aaaaaaah nicht vor den Mond knallen ach wieso denn nicht könnte wehtun so ich muss aber glaube ich eh nochmal erst zum äh wie heißt es wo gibt es hier eine Waffe nehm ich mal mit äh zur zur hier ähm wie heißt es Verkaufsstation Moxie äh ne zur Bank ah äh da ist die 1 so ich hatte doch äh irgendwo ach ne das war der 27 Stohl äh mhm ja Level 27 das Problem kenne ich besteht jetzt als nichts was ich anziehen kann vor allem das Schild kann ich auch nicht äh kann ich gar nichts von gebrauchen super ganz wild im Schiff rumrennen was für Huren? ganz äh ganz wild im Schiff rumrennen sag ich wow äh hi bist du schon unten? ach guck mal einer an ich bin hier in dem in dem nein ich bin hier in dem Wondered Raum ok bisschen dahin ich bin hier bist jetzt unter Moxies ne? genau du musst in die Richtung Cargo Bay ja ja bitte hm was macht ihr? äh ich bin hier unten gerade an ich bin hier unten gerade an ich bin nicht wieder dahin gekommen meinst na komm mal hier vorne zur Brücke oder hier wo das ist zu zu der goldenen Kiste komm mal her hier also bis hin den Quarters dann gehst du hier runter gehst du hier einfach gerade immer weiter aus und dann gehst du hier hin und dann kannst du hier sehen ok Handsome Jackie haben wir auch schon umgenietet äh den und dann hier diesen das sind diese ganzen komischen ach krass wo schon Targets die wir alle abnieten können ich bin grad einfach mal hier so ein bisschen hin und her gerannt und mal zu gucken was es hier noch gibt ist auf jeden Fall ein gesperrter Hebel und da nochmal auf ich hab dich erwartet damit du verschwinden kannst meine Köpfe hier liegt ein Kopf bring mir beim nächsten Mal ein paar verdammte Blumen mit hier hier bei diesen äh ist egal ich hab jetzt ein Poesie Modul ok mal sehen hm hm soll ich dich einer Sommerrose vergleichen was ist ein Claptrap oben 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 warum sagen mir die Leute immer dass Poesie die schlimmste Kunstform der Menschheit ist sie ist großartig hat's dir gefallen für dich ich würde jeden Dichter jagen und grausam umbringen damit nur deine süßen Worte auf ewig durch diese Galaxis hallen mit 25 dann da auch ja das 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 und ja ich Lol, es gibt einen super General Claptrip Anhänger für die Waffen. Komm schon, komm schon. Die braune Schlange spitzt aus meinem Arschgras. Okay. Ist das schön, oder nicht? Oh Mann. Wer hat sich denn hierher verirrt? Kann ich mir eh nicht leisten. Vor allem ist alles Schrott irgendwie. Das Trick ist was Besonderes. Wie sieht's aus? Irgendwie schon. Jetzt zeigt er mir schon wieder an die Köpfe so neu. Die habe ich mir doch gerade schon angeguckt. Spülen wir die Kacke weg, oder was? Okay, das scheint ein bisschen buggy zu sein. Ich weiß nicht, soll ich den Kopf behalten oder soll ich meinen neuen holen? Kann ich dir nicht sagen. Das Problem ist, ihr seht das ja gar nicht, wenn man das nachschaut, ne? Äh, ne. Naja. Mal gucken. Ich muss mal ganz kurz mich umziehen. Aha. Aha. Was hast du gekauft? Danke für das hier, Junge Kacke Farmer. Was zu sehen. Hör mal, Kayot. Lilla hat schon genug verloren. Wir alle. Aber außer uns kann einfach niemand den Kampf gegen die KDK aufnehmen. Bleib vorsichtig da unten. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, da beim Inzimmer, glaube ich. Achso, du hast was dekorationsmäßig gekauft. Beim Saubermachen wird man dreckig. Okay. Ja, gut. Was hat er denn? Für seine Liebeshöhle ein Herz. Also. So, ein bisschen herzlich muss man nochmal sein. Also, es gibt auch eine Menge Anhänger. Ja. Kabummhasi, cool. So. Da bin ich im neuen Gewand. Wo ist er denn im neuen Gewand? Krass, der Scheiß. Wo seid ihr denn da unten noch? Auf Buch des Sturms. Ja. Was? Da kam ich schon. Hab ich auch schon. Das ist dein Kompliment. Und Björn? Ja. Du leuchtest. Ja, du bist auch schon. Ja, du bist auch schon. So, haben wir alles? Ich denke. Ach, guck mal. Hier, wir fahren einfach. Nee, du kannst damit nicht fahren hier. Du kannst dir das nur angucken. Ach, warte mal. Dann könnte ich ja rein. Vielleicht. Warte mal ganz innen. Ostras. Fimpst du denn eine Karin? Äh Geil Krass Das ist das Scheiß Mit Schweberäder Die finde ich aber nicht so geil Muss ich sagen Die Schweberäder? Ja Naja, wenn du sie anmachst Bremst du halt ab Ja Ey, guck mal, wie stark ich bin Ja Kaputt Gut Geh einfach runter Ist der Talios, du geile Sau Ja Ich bin auf dem Weg Jetzt geht's Flodmoor, Basen Ich überlege gerade Wenn man jetzt mit einem anderen Char Wo man noch mehr Parts fürs Fahrzeug freigeschaltet hat Das Spiel startet Und ihr mit reingeht Und ich die spawnen Und ihr die dann bei euch einparkt Habt ihr da die Parts auch dann, oder? Ich glaub, das geht nur mit GK-Parten Na, du klaust es mir ja dann Kamerjäger Ich wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs Willkommen auf Eden 6 geben Aber diese KDK-Teufel sind überall Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest Die Vorräte gehen uns aus Und wir sind umzingelt Ich brauche keine Hilfe Die Jacobs Waffen Waren die nicht mit Wenig Also kleines Magazin Und ne Menge Badaboom Ich glaube ja Das sind doch die Jacobs Waffen Das sind halt die, die so ein bisschen schlichter auch aussehen Ja, so Western Style Ja Aufgepasst geworden Was? Bist du leer? Achso Tschönen wir nicht mehr Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt Aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat Und jetzt sind sie hinter mir her Okay Warum macht er denn jetzt dieses? Das will ich gar nicht haben Dies ist hier nicht schon geutsches Wir haben die geilsten und fiesesten Karren weit und breit Nicht töten Nicht Auf gar keinen Fall Komm zu mir Komm Komm her Komm her Komm her Komm her Alter Bleib bei mir Ich will ihn haben Ich will ihn haben Jetzt Alter, das ist cool Sorry, aber das muss ich haben Das ist okay Das sieht richtig nice aus Hier wäre übrigens ein Catch-a-Ride gewesen Was soll hier oben auch? Boah, drei Sachen kriege ich da Okay, bei mir kam gerade gar nichts Lass mich da erstmal aussteigen Ah, so So, wir haben neue dazu bekommen Auf jeden Fall Ein Reifen Ein Klingenrad Ach, ein neuer Turbo Und Ich glaube eine neue Farbe, oder? Bestimmt Ja, eine neue Farbe Ich bin Kurisa Hüpfen den Outrunner und lass uns Gas geben Was? Der Tempo-Dämon ist da Nimm die Rampen um zu beweisen, dass du bereit bist für die großen Sachen Wenn du meinen Outrunner schrottest, halt einfach bei der Werkstatt an Ich hab Reserven Warum? Björn hat die Tür aufgemacht Ich hab fast nicht Ich hab gar nichts gemacht Ich bin so, du hast den Tippen angeklangst, dass du die Tür aufhören Nee Ich will auch einsteigen, warum kann ich nicht einsteigen? Das ist nur ein Zweisitzel Ich hab nicht die Tür aufgemacht, ich hab da das Ding gelesen Das hat dann anscheinend die Quest getriggert Nicht schlecht Vielleicht bist du ja doch noch Guagalup-Werbematerial Keller, du triebst vor lauter Guagalup-Steel Ich triefe richtig hart, girl Du hast da oben gar keine Knarre drauf Ja, das ist ja auch ein Rennwagen Noch ein Test Dann wird's richtig groß Boah, was ist das? Ja, willkommen Boah, es ist ja so ein King Na toll Oh, komm, nehmen wir in dieses Scheiß-Teil, ey. Unglaublich, streng dich ja ein bisschen an. Kann ich nicht, ich bin kacke. So wie deine Waffe. Das ist aber ein Kompliment, sagt mein Waffe immer. Alter. Beim nächsten Mal warte ich ab, bis der Scheiß-Baumstamm weg ist, ey. Und los. Attacke. Ja, geil. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich steige auf.